Hallo bei euromill.com. Ich möchte mit euch einen klassischen Heringssalat zubereiten. Wir brauchen dazu Heringe, bisschen ein Heringskraut, wir brauchen einen Apfel, wir brauchen geschälte Kartoffeln, wir brauchen Kidneybohnen und weiße Bohnen. Für die Marinade nehmen wir griechischen Joghurt, wir brauchen Mayonnaise, Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft. Für unsere Marinade mischen wir zwei Teile Joghurt und einen Teil Mayonnaise, dann geben wir etwas Pfeffer dazu und eine Prise Salz. Dann können wir auch gleich unsere Bohnen einrühren. Den Apfel halbieren, wir entfernen das Kerngehäuse und schneiden ihn in mundgerechte Stücke. Schneidet ihn nicht zu klein, man kann ruhig schmecken, dass Apfel drin ist. Die Kartoffel wird geviertelt und ebenfalls in mundgerechte Stücke geschnitten. Den Hering schneiden wir in Streifen und zuletzt schneiden wir noch unsere Frühlingszwiebel in Ringe. Und jetzt kommen alle meine Zutaten in die Marinade. Die werden gut durchgemischt. Ihr könnt diesen Salat natürlich auch schon am Tag vorher zubereiten. So zieht er noch recht klein durch und schmeckt noch ein bisschen kräftiger. Die genauen Zutaten und die Anleitung findet ihr wie immer unter www.euromil.com und ich wünsche euch für euren klassischen Heringssalat ein gutes Gelingen.